Zum Saisonauftakt fand in Leoben in der Sporthalle Donawitz die Pressekonferenz der Sektion Handball Sportunion Leoben statt. Der neue Cheftrainer Stefan Hödel stellte das neue Programm für 2023-2024 vor und ist sehr zuversichtlich, dass es eine erfolgreiche Saison wird. Das Ziel ist es in der HLA-Challenge vorne mitzuspielen. Das obere Playoff mit Blickrichtung der höchsten Spielklasse müsste zu schaffen sein. Präsident Alfred Leithold berichtete, dass bis auf zwei Abgänge die Mannschaft des Vorjahres gehalten werden konnte und der rumänische Jugend-Nationalteamspieler Raul Stefan ins Boot geholt werden konnte, der den Kreis verstärken wird. Auch die jungen Spieler aus den eigenen Reihen werden langsam in die Kampfmannschaft integriert werden. Es ist in der heutigen Zeit sehr schwierig seriöse Sponsorpartner zu finden. Daher ist es sehr erfreulich, die Raiffeisenbank Leobenbruck wieder den Vertrag im Zuge der Pressekonferenz verlängert hat und somit die Saison sorgenfrei gespielt werden kann. Matthias Zitzenbacher über dem Sponsoring zu Union Leoben Für Vereine, die sich nachhaltig entwickeln und auch gute Jugendarbeit leisten, haben wir immer ein offenes Ohr in unserem Geschäftsmodell. Mit einem Steirer-Derby am 10. September gegen HIB Graz wird die neue Saison 2023-2024 eröffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017